Herzlich Willkommen zurück zu Let's Battle, die Schlacht um Mittelherde 2. Ja, wir sind hier in einem neuen Szenario, in einem neuen Multiplayer-Gefecht. Ja, Dati wollte nämlich nach der letzten Aufnahme nicht noch aufhören, wir machen einfach noch weiter. Genau, heute spielen wir auf der Abendrotsee und Dati wollte unbedingt, dass wir alle auf schwer spielen. Wir hätten auch auf Brutal spielen können und dann wetten können, welcher NPC gewinnt, aber wir spielen einfach mal auf schwer. Oh, das letzte Mal habe ich es auch geschafft. Kommt halt auch drauf an, wie schnell die Gegner einen halt angreifen, ne? Und da legen wir doch einfach mal los, oder? Ja, ich würde auch sagen, bling, 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 bling und los geht's. Kann es eigentlich sein, dass der Computer uns jetzt automatisch gegenüber hinstellt? Möglich ist das durchaus. Ich glaube, das war... Wo bist denn du? Hm, wo bist du denn? Ja, das eben nicht. So, ich habe natürlich auch wieder eine Scheißeinheit erwischt. Ja, ich gehe immer davon aus, dass du links unten bist. Ne, nicht ganz. Nicht ganz? Ich bin rechts unten. Rechts unten. Ach, dann bist du ja auch rechts oben, ne? Ja. Aha, gut, dann komme ich direkt hochmarschiert, dann wäre das gut. So. Gut, los geht's. So, ich habe es auch geschafft, in der kleinen Pause mal meine Grafik, äh, meine Grafik-Einstellung auf jeden Fall. So einzustellen, dass es wieder schick aussieht. Ja, und wir gehen mal wieder auf unsere eigenen Kanäle. Ja, ganz genau. Sicher ist sicher, ne? So. So. Ja, wir haben jetzt hier, haben wir jetzt auch mal das Boot jetzt alles erstmal. Auuuuh. Kein Auuuuh. So, das Gebäude wäre fertig. Dann haben wir gleich mal Ork vor. So. Jetzt gehen wir lang. Nach dem Bauen. Lasst uns bauen, Brüder. Lasst uns bauen, Brüder. Hier könnten wir was einnehmen. Ist das eigentlich überall so, dass da so ein Gebäude rumsteht? Hm. So, das nächste Gebäude wird definitiv Defense sein. Also Einheiten produzieren. So, was bauen wir? Bauen wir einen Schießstand? Ja, wir bauen ja einen Schießstand. Lasst uns bauen. So, wir bräuchten... Hm. Das ist ja irgendwie die Frage. Bauen wir hier ein bisschen noch was hin. Ich bin nämlich nicht. Na, ist das knapp. Knapp, knapp, knapp. Oh, da ist ja ein Vorflug gesammt. Ja, hier kommt er einfach. Okay, bei schwere Kali und wird trotzdem so umgehauen. Naja. So, wir bauen das Spiel. Bauen wir den eigentlich. Wir bauen mal noch eine Schmiede. Bauen wir hier oben. Hm. Hier wird ein Schlachthaus gebaut. Okay. Hex neben mir. Okay. Glauben nicht, dass dies so... ...so gut ist. Zu den ächsten Zwerge. Vorwärts. Es sind genug für alle da. Feines Zwergen anstatt. Komm schon, Juni. Wo ist der Bauplatz? Hm? Was haben wir denn noch? Na, hinten. Esser hätten wir hier. Heldenstatue und Roma gesehen. Dann braucht man ja nur die Schmiede. Also die Halle der Krieger können wir auch sehen. So nach oben. Können wir hier noch spielen bauen. Wir bauen Platz. Die Schmiede ist zwergertsbereit. Hier können wir nicht bleiben. Ich habe leider vorhin ein bisschen das Problem gehabt im Gefecht, dass ich leider nicht die Einheit der Schmiede produzieren konnte. So, wir holen das mal Platz hier in das Ding. So, dann können wir das Spiel gleich mal aufrüsten. So, wir schauen einfach mal, ob wir unten irgendwie was haben. Hier können wir nicht bleiben. Dann mit unserem... Dann mit unserem... Dann mit unserem... Dann mit unserem... Dann mit unserer Baumarschung. Weil wir geboren hat irgendwo, um das zu bauen. Genau. Ah, okay. Wir haben den Schießstand erweitert. Was ist mit den Aufs hier drüben? Bewegung! Wir verwenden nur bestes Material. Wir machen Fortschritte! Okay. Jetzt können wir noch nichts aufwerden, ob... Ah, jetzt können wir auch aufwerden. Vielleicht können wir hier gleich noch irgendwie nochmal angreifen und dann schauen wir mal. Bewegung! Vorwärts! Ihr entlang Zwerge! 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 Also das kostet nur 1000, da bleiben wir dann jetzt auch noch ein Stück drauf. Warten! Wo werde ich gebaut? Zwerge! 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 Welches Grammar hätten wir? Wir hätten hier noch einen Streitwagen. Oh, einen Streitwagen brauchen wir auf jeden Fall mal. Wir können jetzt hier noch auf Schießstand 2 auftesten. Hier, oh, machen wir gar nichts irgendwie. Fällt mir auch nicht so. Gleich haben wir es geschafft. Ihre Gebäude sind zerbrechlich. So, wir hätten hier verlangen. Verlangen sind aber auf jeden Fall. Wir werden warten. Vorwärts. Hier entlang, Zwerge. Ab sofort gehört dieses Gebäude uns. Ich kenne diesen Streitwagen. Das ist der Feind. Hier können wir nicht bleiben. Wagen ist bereit. Das Streitwagen hätten wir auch. So, schauen wir mal, was wir an den Helden so hätten. Okay, den Hathoth hätten wir. Wir haben Gläun. Dann können wir den Stein. Gläun können wir wieder eingeworben. Die Hathoth sind so gut. Sieh euch zurück. Sieht euch zurück. Sieht euch nicht durch. Es sind genug für alle da. Wo ist der Feind? Ja. Wo sind die Gegner? Alles gut verzurrt? Vernichtet diese Maden? Ich bin eigentlich noch einen Streitwagen gewonnen. Gut. Wir werden warten. Wir haben hier Lager entdeckt. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Das kämpft mir. Sie haben noch viel zu tun. Unser Streitband ist kaffeebereit. Bewegt deinen Trägen hinter. Seht sie euch an. Oh, jetzt muss ich das. Jetzt fällt ich da hinten an uns. Oh, Autsch, 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 Autsch. So, denn einen Streitwagen haben wir sogar noch. Dann können wir uns jetzt mal den Feuerwerk erheben. Dann haben wir hier... Müssen wir einfach noch aufwerben. Dann können Sie zumindest schon mal ein Stück... Dann können Sie zumindest schon mal noch ein Stück... Beide, oder? So, das habe ich gewartet. Sie greifen, Mann! Hier sind sie! Wo ist der Feind? Vorwärts! Los! Ich kämpfe an eurer Seite! Die Flammenpfeile sind bereit. Wir haben alles im Griff. Wir kommen! Attacke an die Züge! Ha! Oh, was haben die denn jetzt? Und die Flammenpfeile sind... krass. Dann werden wir unsere Panzerflächer-Kamera zurückziehen. Schnellen wir die Kaserne noch betten. Und dann kommen wir runter. So, jetzt ziehen wir uns auch zum Nieder zurück. Denn es hat jetzt noch keinen Sinn, ohne irgendwelche Einheiten am Quades, die wir noch nicht sonst haben. Beschmiedel geklingen hätten wir. Ja, wir haben nur die Zwerge mit hier gekannt worden. Vielleicht die Menschen australen, vielleicht die nicht auf dem Fall. Wenn wir die Kaserne würden klingen hätten wir hier. Dann brauchen wir das hier nie. So, was brauchen wir denn noch? Was können wir denn machen? Wir könnten Menschen australen. Könnten wir auf jeden Fall mal holen. Die holen wir uns auch. Wir fangen an. Dieser Zwerg ist bereit. Ich kenne diesen Gestand. Das ist der Feind. Gehen wir los. Wir haben jetzt die Säge drin. Der Beuge muss weg. Axtschleuderer! Haltet eure Äxte bereit. Äxte! Axtschleuderer! Wie lange warten will er noch? Axtschleuderer! 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 Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Ich kümmere mich darum. Okay, hier ist die Festung, wenn wir nach wie vor... Sie wird also gut. Axtschleuderer! Ich wollte hier ohnehin weg. Sie sind zu weit weg! Axtlinge! Axtschleuderer! Gehen wir los! Axtschleuderer! Seid wachsam! Hier können wir nicht bleiben! Axtschleuderer! Ich bin gleich fertig. Wir werden weg. Macht eure Speer bereit. Der Niki-Panzer ist bereit. Auf ins Getümmel. In Position. Zwerge! Zwerge! Fahlangst bilden. Bleibt zusammen, Axtschleuderer. Ich kämpfe an eurer Seite. Hier können wir nicht bleiben. Äxte! Bewegung! Lotz vorwärts! Wir brauchen noch ein paar Wächter. Dann können wir ihn vielleicht mal angreifen. Oh, da sind wir vor. Gut, dann schnappen wir uns jetzt einfach mal die Festung hier. Wir brauchen diesen Gestalt. Das ist der Feind. Das dürfte sie aufscheuchen. Legt alles in Schirm ab. Okay, die Festung müsste eigentlich fahren. Ich wusste, dass was passiert. An die Waffe! Okay. Okay, dann können wir uns jetzt zumindest mit unserem... Naja. Okay. Da ist ja nicht ganz so viel geblieben bei dem. Das kann man machen. Dann holen wir uns auch mit das hier. Das ist doch ein bisschen glaub ich. Ich weiß es. Ich weiß es. Wir werden beurten. Sie haben wir es geschafft. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Das ist der Fall. Unser Streitwagen ist Kampfpreis geschlagen und gekämpft. Zu den Echsen und Zwergen. Ja! Wie es aussieht hat der Dü wohl schon einen platt gemacht. Wir machen jetzt mal die Folge platt. Das reicht für die nächste Folge dann. Was meinst du, Dü? Ja! Hattest du die nächste supplies Sender gemacht? Nee? Warst du nicht? Ja. Na gut. Denn sehen wir mal in der nächsten Folge welcher NPC das war. Bis demnächst. Tschö. Tschö.